Sicherlich hören Sie hier und da von Ihrer SAP-Kontaktperson, von SuccessFactors-Beratern in Blogs, im Customer-Influence-Portal oder auf anderen Wegen von neuen Features, die in der nächsten Zeit in der SuccessFactors-Suite implementiert werden sollen. Vielleicht ist Ihnen der Begriff Roadmap in diesem Kontext bereits bekannt. Wir empfehlen den SAP Roadmap Explorer. Hier können Sie sich einen Überblick über die geplanten Innovationen verschaffen. Dazu öffnen Sie die Website roadmaps.sap.com und suchen nach SAP SuccessFactors. Dann sehen Sie bereits die komplette Liste der anstehenden Innovationen für die nächsten Releases und Jahre. Beispielsweise fällt auf, dass für das Jahr 2021 viele Innovationen im Bereich Analytics geplant sind. Sie haben die Möglichkeit, die Suche weiter zu verfeinern, zum Beispiel hinsichtlich Zeitraum, Prozessen oder Themen. So können Sie auch nach bestimmten SuccessFactors-Modulen filtern, wie beispielsweise nach dem Learning-Modul. Eventuell haben Sie bereits Pläne für die nächste Zeit angekündigte Features zu nutzen, warten auf akzeptierte Customer-Influence-Requests oder möchten sich auf die geplanten Releases vorbereiten. Dabei hilft Ihnen der SAP Roadmap Explorer. Viel Freude beim Entdecken der Roadmap.